Munster Musik Ein ereignisreicher Tag heute in Sand in Tauvers, in Brustertal. Die Eröffnung des Zweitwerkes, da geht kein Sintermettel. Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte, um dem Wachstumspotenzial Raum zu bieten, nachdem wir in Brunneck den Platzbedarf nicht mehr haben. Wir werden mit diesem Werk wieder in der Lage sein, Arbeitsplätze zu sichern. Wir werden Wertschöpfung generieren für sozialen Beitrag an die Gesellschaft und somit auch für neue Arbeitsplätze für die junge Generation mit unseren innovativen Prozessen vieles erreichen, um einfach Zukunft zu gestalten. Die Eröffnung des Zweitwerkes 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 Vielen Dank.